Musik Dürfen im Wissenschaftsland Deutschland jetzt nur noch ausgewählte Forscher recherchieren? Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Seit Ende November 2021 können bayerische Bibliotheken und Archive nur noch mit einem 2G-Nachweis betreten werden. Wissenschaftlern und Studenten, die keinen Nachweis einer Impfung oder einer Genesung nachweisen, ist der Zugang verboten. Es ist in meinen Augen ein unhaltbarer Zustand, dass Ungeimpfte keinen freien Zugang mehr zu vielen wissenschaftlichen Quellen bekommen. Es melden sich bei uns Studenten und Nachwuchswissenschaftler, die nicht mehr adäquat wissenschaftlich arbeiten können. Weil ihnen wissenschaftliche Quellen wie Archivgut und wertvoller Bücherbestand verschlossen bleiben, können selbst Dissertationen oder Habilitationen nicht mehr geschrieben oder beendet werden. Studenten und Wissenschaftler brauchen aber freien und ungehinderten Zugang zu Archiven und Bibliotheken. Zwar bietet etwa die Bayerische Staatsbibliothek einen Buchversand an. Es können aber nur bis zu sechs Bücher pro Versand bestellt werden. Damit ist klar, dass selbst eine normale Bibliotheksrecherche nicht mehr sinnvoll durchgeführt werden kann. Noch schlechter sieht es mit den Archiven aus. Hier ist natürlich kein Versand von Archivalien vorgesehen. Wissenschaftler können unter diesen Umständen nicht mehr frei arbeiten und die Qualität der Forschung in unserem Wissenschaftsland nimmt dadurch weiter ab. Im Artikel 5 Grundgesetz heißt es, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt. Ende des Zitats. Mit großer Sorge sehen wir, wie derzeit unter dem Deckmantel des Seuchenschutzes die Forschungsfreiheit eingeschränkt wird. Ich rufe die Staatsregierung dazu auf, die Freiheit der Wissenschaft weiter zu garantieren. Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn Landtag, Ihr und Euer Ingo